ein herzliches willkommen hier auf meinem kanal ich bin das series und ich freue mich wieder dass ihr mit dabei seid wenn ich wieder in scum mal den erklärbär spiele wird ja auch immer wieder mal notwendig auch die alten erklärbär videos mal aufzufrischen abzudaten und ja scum verändert sich einfach halt auch mit der zeit folgedessen sage ich einfach jetzt mal gehen wir mal los immer wieder an unseren tisch und seiner erklärbär tisch setzen uns hin und freuen uns auch mal da nicht da sitzen ne spaß beiseite wir haben heute das thema heilkunde so heilkunde ist natürlich eine nummer das ist etwas was man natürlich prinzipiell erstmal wissen muss da haben wir natürlich erst einmal hier aktiv kohle in drei größen ordnungen wenn wir darauf untersuchen klicken wird einem erklärt was die aktiv kohle macht aktiv kohle wird manchmal zur behandlung einer drogen überdosis oder vergiftung verwendet durch die einnahmen von aktiv kohle können drogen und giftstoffe gefunden gebunden werden auf diese weise wird der körper bei der ausscheidung ungewünschter substanzen unterstützt also sprich wenn ihr zu viel medikamente genommen habt könnt ihr natürlich mit diese aktiv kohle einiges bewerkstelligen die gibt es wie gesagt in drei größen ordnungen in zwölfer 24 und 30er packung dann haben wir als nächstes pain killers das sind die starken schmerzmittel die man dann braucht wenn man verletzungen am bein hat und man humpelt dann nur noch dann kann man für ein paar sekunden aus der gefahrensituation flüchten bevor man wieder anfängt zu rumpeln man kann auch jemand auf die untersuchung klicken als anal analgetikum oder schmerzmittel bezeichnet man seine gruppe von arzneimitteln die schmerzstillend wirken logischerweise analgetika wirken auf verschiedene weisen auf das periphere und zentrale nervensystem sie sind zu unterscheiden von anästhetika die das schmerzempfinden vorübergehend beeinflussen in manchen fällen komplett ausschalten klar wenn ich jetzt eine narkose habe dann ist ja komplett schicht im schacht also ganz heftig wird es nicht auch das sehr wichtig wenn ihr diese findet immer schön mitnehmen gibt es auch in drei verschiedenen packungsgrößen und zwar wieder 12 24 und 30 tabletten ne 12 9 8 12 und 24 tabletten im pain killer dann haben wir noch aspirin aspirin ist etwas schwächer als ich sage jetzt einmal diese pain killer und sie sind blutverdünnend und kann natürlich auch gegen fieber eingesetzt werden zu den entzündungen bei dem aspirin eingesetzt wird gehören die kawasaki syndrom die herzbeutel entzündung und das rheumatische fieber das sind krankheiten die werden vielleicht irgendwann einmal kommen in nächster zeit und dann ist gut wenn man die auch mal hat wird aspirin kurz nach einem herzinfarkt verabreicht verregert ist das sterbe risiko also auch das sehr wichtig aspirin auch wenn es ein schmales aspirin raus auch wenn aspirin natürlich dann sei denn jetzt so ein starkes schmerzmittel ist aber es hat halt noch ein paar nebeneffekte die auch nicht uninteressant sind solltet man wenn man es findet auch mitnehmen dann haben wir hier ein pt29 serum zur schnellen erholung gehen wir mal auf untersuchen schauen wir mal was da steht ein experimentelles geheimes militärisches injektionsmittel das allgemein als phoenix tränen bekannt ist es sorgt für eine schnelle und nahezu sofortige stabilisierung und heilung aller verletzungen auf ein schlag ist natürlich interessant also wenn man sich überlegt man hat mehrere verletzungen mehrere wehwehchen ist angeschossen angestochen und erschlagen worden dann vielleicht auch eine vergiftung weil man zu viel schmerzmittel genommen hat dann wäre eigentlich das das sinnvollste dieses ding findet man nur sehr selten meist im bunkern in den verschlossenen erste hilfekästen wo an der wand meistens hängen die man dann auch knacken muss wenn man an sie rankommt sollte man sie mitnehmen dann haben wir verbände also wir haben ja im endeffekt mal stofffetzen die ja jeder kennt wo er aus kleidung schneiden kann aber wir haben natürlich auch einen druckverband ja der kann auch schon mal bei einer c2 verletzung gute dienste leisten dann haben wir ein blutstiller druckverband da können wir mal drauf gucken hemostatic dressings ja ist keine soße für einen salat sondern das ist wirklich ein blutdruckverband ja sind natürlich schon für ich sag mal große offene wunden gedacht die sehr stark bluten ja also da kann man auch schon sag ich mal mit einer c3 verletzung gut mit klarkommen allerdings braucht man da dann auch schon wahrscheinlich mehrere dann haben wir natürlich noch die normalen notverbände die sind so wirksam wie etwa 3-4 stofffetzen da diese racks natürlich die notverbände haben wir auch im sammelpack die kann man auch im sammelpack finden da können bis zu 5 drin sein brauchen aber nur den slot von 2 also wenn ihr die möglichkeit habt so einen pack mitzunehmen nehmt so einen pack mit dann haben wir dann haben wir turniquet soll wahrscheinlich ein abbindeseil abbindering sein wahrscheinlich aus gummi so wie ich das sehe ja damit kann man äh körperteile abbinden um eben die blutung zu verringern also wenn ihr da eine c4 verletzung habt könnt ihr mit einem solchen ring die c4 verletzung stoppen extrem hilfreich wenn man mit mechs probleme hat ähm ich natürlich nicht ne ich habe keine probleme mit mechs ich habe nur lösungen mit mechs äh aber es gibt ja auch spieler die lassen sich gern anschießen so und selbst ein streifschuss kann man schon mal eine c4 verletzung machen dann haben wir vitaminpillen in den vitaminpillen das ist eine kombination hat man alles ne ihr seht jetzt bei mir wir haben jetzt ein bisschen hier gespielt natürlich auch hier auf dem hardcore server ist da äh bodyindex hochgestellt so dass die simulation der körperfunktion extrem beschleunigt und da muss man schon sagen ja kann man mal machen ja und äh man sieht natürlich dass das alles auswirkungen hat ja mit diesen vitaminpillen kann man natürlich da dagegen halten wenn man jetzt noch mal sagt okay da essen wir jetzt noch mal ein paar ja haben wir mal acht gegessen gehen unseren stoffwechsel dann werden sich hier diese hier alle auffüllen natürlich mit der zeit geht nicht von heute auf morgen aber wichtig wenn man es erfindet nehmt sie mit gibt es in drei Größenordnungen zehn zehn zwanzig und dreißig tabletten ich kenne ja den onkel der ab und zu auch bei uns spielt ja auf unserem high performance mili surfer der frisst die im dutzend billiger also der braucht eigentlich nichts vom händler aber wenn man ihn fragt für so eine dose vitaminpillen tut ja fast alles deswegen wichtig nimmt es mit dann haben wir antibiotika ja wir haben seit letzter woche montag infektionen im spiel heißt wenn ich nicht aufpasse bekomme ich eine infektion das kann passieren durch schnittwunden durch kratzer die die zombies oder puppets wie man sie nennt einem zufügen durch offene wunden wo bakterien eintreten können durch verschmutzte kleidung die man selber an hat also da ist die vielzahl groß wie man zu einer infektion kommen kann um die infektion letztendlich besiegen zu können braucht ihr antibiotika wenn die wunde schon verheilt ist wenn ihr antibiotika findet nehmt es sie mit gibt es in drei größen ordnungen 8 16 und 24 pillen es ist nie verkehrt sowas dann auch einmal am an zu haben unter umständen oder in tippos irgendwo zwischen zu lagern wo man dann zur not noch hinkommt weil wie gesagt die infektion wenn ihr die nicht behandeln können mit antibiotika ist es euer sicheres todesurteil auf raten die einzige teil einer tiefer heilung wäre phoenix tränen was noch schwerer zu bekommen ist oder eben rüber ab und glücklich sein im nächsten leben wenn ihr aber noch die wunde offen habt dann natürlich gibt es noch etwas noch eine mögliche mit absinnt und zwar edelgude geführte bar hat absinnt mit absinnt könnt ihr natürlich eure wunden auch desinfizieren damit könnt ihr theoretisch wenn ihr jetzt einen verband habt den verband auch wieder zum späteren zeitpunkt abnehmen die wunde desinfizieren und wieder einen frischen verband drauflegen ihr könnt aber auch die stofffetzen letztendlich mit dem alkohol desinfizieren das könnten wir vielleicht mal probieren wenn wir uns mal ein paar Stofffetzen herholen nehmen wir mal die schmutzigen mit denen kann man sich ja auch verbinden und die kann man auch aus dem zombie kleidung rausschneiden jetzt müssen wir mal schauen ja springe erstmal auf genau schön hingelegt schön da gesessen jetzt wird was geschafft kann man hier auf behandeln gehen ich muss halt das entweder rumstehen haben oder bei euch haben gehen wir mal auf behandeln ja wir haben ja keine wunde ok macht Sinn das ist die zweite alkoholflasche isoprofil alkohol gibt es auch beim händler zum kaufen genauso wie den absinth so dann probieren wir es doch einfach jetzt doch mal dann holen wir uns doch mal ein zombie her der mal ein bisschen erwatschen kann das ist die zweite 3 4 5 6 also geht doch das zieht man mal aus also ihr könnt jetzt außer training sehr gelungen zerteilen zum beispiel 2 c1 verletzung das geht ja noch kriegt er auch diese dreckigen sachen dann gehen wir einfach mal hin stoffwechsel sage ich dann könnt ihr jetzt 1 2 3 4 klack 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 schön verbinden so behandeln geht damit genauso gut wie damit das senkt das Risiko einfach von der Infektion wir können auch die Bandage wieder removing also sprich abnehmen dann behandeln und dann kann man theoretisch wieder behandeln ich nehme jetzt nochmal das saubere Zeug also an dieser Ecke könnt das removen könnt aber auch immer wieder wenn ihr da drauf geht zum Beispiel dann sagen behandeln oder eben nicht wenn man immer behandeln kann ist es halt so aber diese zwei Alkoholflaschen extrem wichtig für das Überleben im medizinischen Sinne somit wisst ihr jetzt erst einmal wie ihr euch ja Verletzungen äh oder beheben könnt also da haut es schon ein bisschen gut rein ich habe mal jetzt die Hoffnung dass euch das ein bisschen weitergebracht hat dass die Infos hier nicht zu viel auf einmal waren und das Video auch nicht zu lang ist und ja ich habe es jetzt halt mal ausprobiert mit dem Zombie hier mit dem Zombie hier C1 Verletzung hat der Zombie hingekriegt mit zwei Schläge naja schauen wir dann einmal ich werde mich jetzt wieder ein bisschen aufs Ohr legen natürlich meine Wunden versorgen auskurieren und euch wünsche ich alles Gute bleibt gesund lasst ein Abo lasst ein Like hier und dann bis zur nächsten Folge Ciao Ciao Ciao